Willkommen zurück bei Endring. Ja, jetzt haben wir die goldene Stadt hinter uns gelassen. So golden fand ich die gar nicht. Da ist kaputt aus. Woran lag das bloß, vielleicht am Drachen? Hat der Drache angegriffen nachdem, oder wo war sie? Warte, wenn du eine Wette abschließt, ob du stirbst? Ich weiß eher, ob ich vergiftet werde. Nein, eigentlich war die Wette eher, ob du da ins Loch reinfällst und du bist einfach drüber gelaufen. Ja. Wie viel Schwankheit ein einzelner Mensch haben, ist doch nicht wahr. Wieso? Ich weiß nicht, wo dein fucking Problem ist. Hier, wo ich bin, hast du noch was? Die brauchst du gar nicht töten. Die laden nur deine Ladungen wieder auf. Mir nicht. Ja. Obwohl, dich werde ich töten. Einfach nur, weil du arschst, wie richtig angegeben warst. Das ist nur noch ein kleiner Freund, der ist ja nicht mehr hier. Wie ist denn? Bumperd! 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 so jetzt kommen wir zum ersten eisgebiet mohaha ja auch wer so ein deckter schlüssel das boden hätte ich das schlecht mit der junge da rein steckt ich wusste nicht mal dass ich es habe du hast es von der oren sims zippel bekommen ja oren sims zippel melena melena deine fingerjungfer ach so jetzt nicht mal ihren namen heißt sie wirklich so es ist cool dass die karte verschiedene ebenen hat kommt man da auch anders hoch hier karte einsammeln warum würdest du schon wieder tiere töten hat man nicht gesehen links ist auch gibt es links nicht auch noch er ist übrigens dafür dass du die drei fingern ach ja das war his flesh i hope you can make your piece with your life only so that what a hope your sin but how would chose spare if you up in attainment he descendents he called if you and her and the girls setting the path of the learn the earth tree to them and incinerate all that devon may chaos take the world die rasende flamme annimmst äh kannst du dich nachher selbst ins feuer werfen warum soll ich mich selber ins feuer werfen damit andere verschont bleiben ich will den erdenbaum nicht nieder brennen ich will den erdenbaum nicht niederbrennen ich glaube der erdenbaum will das auch nicht wird aber hey Eissturm von Samoa was willst du ich bin hier bei einem Tunnel Alter absteigen danke Okay. Einstup an Samoa. Und wo ist der Tunnel? Klangperle, Schmiedesteinstürfers 3. Geht ab. Hi. Können wir die andere links holen, die links ist? Die Karte meine ich. Das ist ein anderes Gebiet Herzke. Da kommt man nicht lang? Nein. Da ist aber ein Weg. Dann lauf den Weg, viel Spaß. Also es sieht nach einem Weg aus, wenn du links rüber kommst. Oder, warte mal, warte. Ach, ich weiß gar nicht, wo du hinguckst. Ach, ist mir auch gerade egal. Wir laufen sowieso den selben Weg und es kommt nachher noch eine Karte. Keine Sorge. Hier ist ein Teil, der schmeckt... Schei... 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 Zeigt eine Höhle an. Alter! 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 Weißt du, wo die... Alter! Weißt du, wo die Höhle ist? Hier unten. Kack, Vogel! Ich seh schon, Blackwit gehauen. Wo bist du denn jetzt? Dank der Randling, du nach rechts. Äh, ich bin einfach mal am Rand entlang. Dann ist hier unten die Höhle. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ah, leck! Du bist grauens. Oh mein Gott. Ich hör mal einenpoli. Mach mal ein bestimmster Vistophobie. Isa, sie hat sich wieder verirrt wie sonst auch immer. Oh mein Gott! Hallo, ich bin schon übern hier. Och. Vona hat sogar so ein Talent sich zu verirren, deswegen... ... Rechts rum oder rechts lang. Alter, du fettes Stück. Ich weiß nicht, was da ein Problem ist. Dein fetter Arsch in mein Gesicht. Oh nein, die Alte will immer noch mit mir reden, ich will nicht mit dir reden. Mein Schild sei Dank. Junge, jetzt fängt das hier an zu lecken. Auf, ohne Stich, wir schlafen viel ab und macht keinen Schaden, wenn ich keine Waffe auslöse. Ich merke das schon. Warte mal kurz, wenn wir stehen. Du hast rote Augen, ach ne, das ist dein Hut. Ich habe doppelt, hier. Was hast du doppelt? Das, was ich da hingelegt habe auf dem Boden. Nur der Boden ist, ich will. Wichtkopfwolf, den habe ich schon. Ja, dann hast du ihn jetzt doppelt. Aua, er flugte. Ich finde das toll, wenn du mich heilst. Hä? Der ist gut. Der hier ist gut? Da, ich weiß. Da, ich weiß. Willkommen im Fahrstuhl Nummer 2. Willst du nicht erst hier? Und hör auf, ich weiß so sagen, wenn du keine Ahnung hast. Weil ich mir das fast gedacht habe, wenn der schon so lang ist. Ach, wenn das Dach so lang ist, denkst du dir Sachen. Na geil. Die ist auch nach unten. Welchen nimmt man dann? Einen, der nach unten geht wahrscheinlich. Ich glaube eher, dass der andere woanders lang führt. Natürlich für der andere woanders lang. Sonst wärst du völlig sinnfrei. Ja, so nach dem Motto, du kannst den nehmen oder den nehmen? Nimm einen von den beiden. Ach, du bist immer so ein Motter, ich gehe ich durch. Was meinst du, warum wir beste Freunde sind? Ja. Mannsverirren vielleicht? Hm? Mannsverirren vielleicht? Ne, eh was musst du ja Gutes an dir haben. Musst du ja dich haben. Genau. Ach, so blöd bin ich nicht Leute. Hm, was denn? Nichts, gar nichts. Ich weiß, dass da ne Falle ist. Welche Falle? Immer noch nie. Ja, ich will. Also noch nicht mehr fest. Ja, ich habe etwas gezeigt. Ich geh nicht mehr an. Ich geh nicht mehr auf. Ja. Ich geh nicht mehr an. Ja. Ich geh nicht mehr an. Ja, ich geh nicht mehr an. Das ist hier. Ich geh nicht mehr an. Ich will schauen mal richtig hin. Oh, das ist doch cool, ey. Ich hab fast... Ach, du hast gesagt, ich hab Angst. Ist das Problem? Nein, hab ich nicht. Ich hab Angst geplant zu werden, aber ich hab nichts gesagt. Leck, hier ist noch ein Weg nach unten. Hier ist auch noch ein Weg in eine Sackgasse, wo ein Item liegt. Aber hey, mach was du willst. Schade aber auch. Schade, Black. Du Arschloch! Du Arsch! Hältst du mich für dämlich oder was? Ja. Aber gegen Eis gibt's keine Boni. Ehrlich, jetzt ob ich blöd bin? Ja. Irgendwie schon ein bisschen. Ey, du hast doch, glaub ich, irgendwie... ...eine Pfeil abgekommen. Ich weiß auch nicht warum. Ey, wo kommst du denn jetzt her? Was sag jetzt nicht, der sind... Alter, was war das? Jetzt bin ich auch noch hängen geblieben. Das ist halt der erste Klasse. Ach, so ne Scheiße. Äh, jetzt hängt der in der Luft. Aua, du blödes Misslicht. Meine Freunde, die sind eingesetzten Schiffe und sich um mich. Entschließt mein Arschweiß. Ich mach mit deinem Scheiß. Ich weiß nicht nur, wie es so etwas ist. Nachbausverlässchen geht oder sowas? Aua. Kommst du denn? Wo kommt ihr denn jetzt her? Wo kommt ihr denn jetzt her? Was anders lütet und nur das. Wo steht vor dem Fernseher? Entschließt ein nukleares Waffenarsenal. Ich hab keinen Flachschaden. Überhaupt nicht. Ey, Grafenstein-Lidien-9. Jetzt kann ich meine Dinge doch verbessern. Oh. Darf ich raten, ob das Brune wieder verwirrt ist, was überhaupt hier vor sich geht? Nö, wieso? Ist wahrscheinlich wie bei den anderen Dingern auch. Verdammt, es lernt er zu. Ich bin nicht ganz doof. Äh. Vargis nur? Ja. Vargis nur, wenn ich da oben bin, was mache ich dann? Achso, warte mal. Wir sind ja da hochgesprungen. Nee. 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 Alter. Manchmal denke ich, die wollen mir den Herzefach verpassen. Oh mein Gott. Ja. Ich hole mir gerade meine Seelen wieder. Mach mal. Obwohl er hat einen Weg übersehen. Hab ich? Oh Gott sei Dank, ich bin nicht tot. Gott zum Fick bist du denn? Hässlich. Hässlich. Also ich scheine richtig zu laufen. Also ich suche. Nicht? Lauf du mal. Hast du den Eingang schon gefunden oder was willst du jetzt? Hi. Hi mein Freund. Ey, warte auf mich. Hallo. Ach, du bist doch wieder hier. Hallo. Ja, ich bin irgendwie doch richtig gelaufen glaube ich. Du bist doch im Kreis gelaufen. Kann ja nicht, wenn der neue Monster spawnen. Kann ja nicht,etos? Wie ein Prärup approaches gehen! Wir können nicht von denобren. Laut sommer auf den Balladen�eklänger〞 neben der Glade Carver〢〢〢〢〢〢〢〢〢〢〢〢〢〢〢〢〢〢〢〢〢〢〢〢〢 Hallo Weißt du warum meine Augen verbunden sind und dein Gesicht bedeckt ist? Damit ich nicht sprechen muss und du nicht hören und du nix sehen musst. Damit ich dein hässliches Gesicht nicht sehen muss. Du hast deinen Dingens nicht begrüßt glaube ich oder? Kev! Doch Kev habe ich schon eingesacht. Hast du? Ja nur der Emot ist neu. Kev, du hast doch schon mit Kev geredet. Du glaubst ich erinnere mich an irgendetwas in dieser Welt. Alter ich bin froh wenn ich weiß welcher fach. Leck mich am Arsch. Oder wenn ich meine Ablenkung. Ah nix. Leck ist ein bisschen geistig verwirrt. Bin ich verwirrt. Ich bin desinteressiert. Das ist total schief. Ich wohne ein bisschen kalt am Arsch. Ja ich habe kein Leben mehr. Ich kann nur mal runter gelaufen. Merikas Fall. Fuck. Aber ich konnte einen Emot heute dazufügen und einen animierten Emot hinzufügen. Habe ich doch gesagt hinzufügen. Du hast dazu fügen gesagt. Nein hinzufügen. Wollen wir uns die Aufnahme angucken? 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 Es ist beides das gleiche. Ein scheiß ist das gleiche. Ich habe einen Emot mehr. Ja ich bin glücklich. Also Ruhe. Boah hast du von uns mal sprechen gelernt? Auf jeden Fall nicht in der Schule. Boah. Boah. Ey Flo. Ja und wie bist du? Okay vielleicht geht's mal ein Po eine Nachricht geantwortet, übrigens. Das war quasi mein ganzer Tod? Das war mein Tod. Scheiße. Feuermönch Asche. Das war mein Tod. Nein, ich muss auch noch mal auf die Scheiße. Ich muss auch noch mal auf die Scheiße. Get up. Party. Auf geht die Party und die Party geht ab. Murisaki, auf in den Süden. Der Sonne hinterher, mir was geht. Der Sonne hinterher, mir was geht. Der Sonne hinterher, mir was geht. Was? Wenn ich ein Spiel hype? Hype. Werde ich es auch vor Release streamen? Ja? Das macht Sinn. Wenn es auch kleine Streamer schon können, mache ich das aus. Aus? Du meinst auch. Ja, wie gesagt, kannst du machen. Bei Fußboden. Du musst dir dafür nur die Ultimate Edition kaufen von Diabolo. Dann kannst du das Feuer spielen. Vom, äh, offiziellen Resist Nice. Aber ich weiß, was du meinst. Aber ich weiß, was du meinst. Ich weiß, was du meinst. Ja, ich werd mir Diabolo nicht holen. Weil das, äh, wird mir nix bringen. Ich guck mir das dann drei Tage, ich guck mir das dann drei Tage an. Hab dafür, weiß ich nicht, 70 Euro ausgegeben. Und dann hab ich wie bei Lost Ark, äh, keinen Bock mehr. Also... Mal gucken. Erstmal nochmal hinsetzen, wa? Ja. Außer Black würde sich das jetzt holen und ich kann mir das dadurch einmal angucken, aber... Nein. Das ist nur ein Standard der Ramo geworden. Ja, außerdem ist Lost... Außer dem Lost Ark ist, sagen wir mal, ich geb Lost Ark eine Woche, zwei Wochen. Und dann ist Lost Ark auch... Diabolo, herzgern. Äh, Diabolo mein ich doch. Äh, ich geb Diabolo zwei Wochen, dann ist das auch wieder in der Versenkung verschwunden wie Lost Ark. Dann guck das auch keine Sau mehr. Außer mir ist das als kleiner Streamer, wenn da sowieso 600... 600.000 Leute zugucken... Sag ich mal so, sowieso schwer überhaupt gefunden zu werden, deswegen... Dann sag ich mal so, sowieso. Was zum Fick ist mit deinem Fortschalt heute los? Ich... weiß es nicht. Aber du wirst halt nicht gefunden, wenn 600... 600.000 Leute das Spiel gucken... Und da auch ganz viele kleine bei sind... Ist klar, dann wirst du nicht gefunden. Also das macht doch... dann überhaupt keinen Sinn. Dann würde ich das sogar streamen. Einfach nur, damit ich nicht gesehen werde. Hallo! Gute Besserung! Gesehen wollen werden würde. Doch, das ist richtig. Wollen werden würde. Ne, wollen werden würde ist nicht richtig. Ist richtig. Sicher? Sehr sicher. Aha. Bin ich eben noch nicht so überzeugt von. Google Bitch. Ne, Bitch. Heute nicht. Google hat Feierabend. Keine Schinkenudeln. Oh mein Gott. Ja? Oh mein Gott. Oh, ei, ei, ei. Oh, scheiße. Ich sehe nicht, wo ich bin. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh, 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 oh. Oh, du Pisser. Haha, ah ja nicht. Nee. Ich dachte nur, ich rieche mal ein bisschen an deinem Mund. Bist du tot? Nee. Nee? Hättest du wohl gerne? Harde, ja, weil du bei mir nicht mehr angezeigt wurdest. Perfekt. Schade. Aber ich hab zu sehr gehofft! Noch ne Todeswurzel. Da kommt noch mehr davon. Wie viele muss ich denen denn geben? Ich hab gedacht, sie fahren alle. 280. Willst du mich jetzt verarschen? Natürlich will ich dich verarschen lassen. Arschlochender. Willst du mich jetzt verarschen? Ja. Welch halt. Warte auf mich. Aua. Aua. Au. Ich hab so ein bisschen das Gefühl... Da unten ist ein Weg, da kann man bestimmt lang. Ich hab so ein bisschen das Gefühl, es ist wie bei Avatar. Der hat auch so einen schmalen... Würdest du bitte weiterreden? Da war auch so ein schmaler Weg, oben auf dem Berg. Wo die nach Ba Sing Se wollten. Das ist wie bei Avatar, der hat auch so einen schmalen. Das ist aber ganz nicht gemein. Ich meinte den Weg. Nicht... Jetzt mal im Ernst. Avatar hat auch so einen schmalen. Nee, ich meinte den Weg. Nicht sein... Kleines... Männchen. Ach, schmal und klein. Oh mein Gott. Au. Aua, 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 aua. Nein, nein, nein. Das schmale, kleine Märchen vom Avatar. Ja. Die nächste im Kino. Mal, wo bleibst du? Können wir den töten? Wozu? Der macht mein Tert kaputt! Du hast das noch verdient. Über den Avatar lässt er den kleinen und schmalen Zeichen. Nee, geh mal vorne. Der hat mein Ding getötet. Mein Tert getötet, nicht? Woran du schon wieder denkst. Aber was soll ich gedacht hab? Ich weiß nicht, du denkst immer versaut. Natürlich. Du schreib nicht kleine schmale Dinge von Avatar. Doch. Nicht? Bin schon. Weg hier, hinterher geht's noch weiter. Oder? Puh, ich weiß, wo ich dich hinbringe. Was kann... Ja, zu nem scheiß Feuer. Hör ich ihm nicht. Hör ich ihm nicht. Hilf dir, oder ist die Böse? Ach so. Latena ist, äh... Die olle Sumpse mit, die beim Wolfen flagen. Die du aufgesammelt hast. Ach so. Ach so. Ach so. Ach so. Leuchtfeuer. Gnadenfeuer entzünden. Aha. So rein. Welches ist das zu lang ist entzündet? Da hinten? Da hinten? Wie bist du nur noch da hinten gekommen? Das ist voll gut. Hä? Über mir ist ne scheiß Brücke. Die Brücke. Jetzt komm mal zu mir und dann zeig ich dir was schönes. Ja, aber da ist noch ne Ruine. Und da ist noch ein Schloss. Das ist doch... So läuft das in diesem Gebiet nun mal. Ja, aber wir sehen uns in der nächsten Folge. Tschau.